Da sind wir wieder, fordern Sie, dass irgendwas irgendwo rüber... Hast du angefordert? Ich fordere schon, ja. Das kommt von der Brücke! Brücke, wer ist da? Hey, wir sind zu viert hier! Deine Mutter ist hier! Gehen wir endlich über die Brücke! Gehen wir endlich über die Brücke! Schmeiß schon mal was hoch, falls da was ist. Ich werfen Monotov! Nein! Jetzt hab ich ja echt ans Gitter geworfen. Barrikade? Ja, wir haben hier eine Barrikade. Doch, jetzt haben wir eine Barrikade. Jetzt ist die Barrikade weg! Nein, die Barrikade ist hoch! Loicade! Weg da! Ich kann einfach nur geradeaus flüchten. Aha, das versteht er und der Weg da. Durchrennen. Ja, woher hätte ich denn ich sollen, ey? Ich möchte die Karriere erstmal. Halt ab! Auf den blauen! Ey, hier ist ein Loch, ne? Da soll ich mal nicht reinfallen. Wär vielleicht besser. Loch? Loch Ness? Ja, Loch Ness. Wo ist ein Loch? Wo? Das ist echt ein Loch. Wo? Wo? Ach, da! Ach! Da, wo er reinfällt. Danke! Ja! Also, ich drehe gerade in die Garde. Ja, da, da! Oh, wie mein Anzug versaut ist, ey! Da haben alle meinen Anzug kaputt. Da hättest du mal dir eine Barrikade gebastelt. Ja, ich glaub, da können wir nicht rüberspringen. Lass es lieber. Rosti läuft einfach aus. Das ist ja viel zu einfach, ey. Wen, ey? Einfach, wenn's doch schwer geht. Ey, wie lang ist denn das? Scheiße, die ist doch mega lang, ey. Komm, wir rennen einfach hier draht aus. Draht vorbei, dann. Hoch! 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 Oh! Die leute Mannschafts Heathcliff! Oh! Ich hab Jo teaching so viele AufmproHunder gespickt. Ja, ich komm hier nicht weiter, ich steck fest! Also, ich werde sein Mensch. Ja, ich verfehl' mich! Ja, ich verstehe. Ich komm hier auch nicht weiter! Das schaffe ich aber bisseh. Ich brauch Hilfe! Hey, hier drüben! Nicht aufeinander schießen! Mal hin, los! Ich hab mich hier wieder bestimmt. Das geht ja still March! Ja, Hilfe! Jockey! Munition! Munition! Gerade wenn er liegt, ist er voll steil. Munition! Munition! Okay, ich schaff das! Noch ein Schuss auf mich und ich kink! Oh, Han, äh, Tank, 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 Tank. Wo grad sagen, hier fliegen Autos. Ich laufe. Okay, hätt ich auch machen sollen. Aber ich weiß nicht, wo ich hinlaufe muss. Ich hab nur eine Nahkampfwaffe, das ist... Ähm... Ich bin runtergefallen. Hä? Hältst du mir vielleicht auch machen? Ich häng hier so und guck mal die schöne Umgebung an. Aha. Und hier ist gleich Tactical Incoming, oder was? Hilfe! Leute! Leute! Ja, entspann dich mal, Alter! Warum kriegt der sich denn hier alleine hochgezogen, ey? Das schaff ich nicht alleine, ich brauch Hilfe! Ellis kommt schon. Ja, und hängt er auch. Ja. Ey, lasst uns einfach hier hängen. Mach das alleine, weil sonst fallt ihr hier auch noch runter, wenn ihr uns runterhängt. Ja, helfen! Wollen wir mal Hilfe? Abweichern uns der Heimpreis! Und hier? Seid ihr schön an Abhängen, ja? Ja, wenn du uns da hochhilfst, dann fallt ihr auch noch runter. Da musst du ganz vorsichtig sein. Und auch Zombies. Hilfe! Hilf dir! Ich mach die Zombies, du versuchst da die Leute zu nennen. Ja, wenn du im Weg stehst, ist ne fette Sau. Das schaff ich nicht alleine, ich brauch Hilfe! Na komm schon, ich will hier nicht übernachten! Hahahaha, dich lass ich weg! Sehr verbunden! Aber er hilft dir. Ist ja sehr freundlich, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach, das wird es sein. Oh, ich hab so gut wie gar kein Leben mehr. Ja. Das war, weil du so viele Ready-Picks gediext hast. Und wie kommen wir denn jetzt hier noch weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaub, so wie du das sagst. Wie bist du da hochgekommen? Ah, hier ist ne Leiter. Der Trucker! Ja. Gehen nur Schwarz-Weiß. Fossi helfen, äh, helfen mir mal. Ich helfe fürs Heil. Boah, wir wollen die Jets, wir können uns mal helfen. Ich spiel dir mal ein bisschen mit der Zwicklung. Mal fehlen, ey. Charger, Charger! Boah! Check Charger! Oh, ey! Ich spiel wieder ein bisschen Gitarre. Ich spiel wieder ein bisschen Gitarre. Alter, ich hör nur mein Herz bochen. Ja gut, dann weiß ich wenigstens zu pflegen. Ach, ich verliere die ganze Zeit Leben, ja? Übrigens. Ja, was soll ich denn eigentlich machen? Ich hab auch keinen Medi-Pick. Außerdem verliere ich auch keinen Leben. Ich hab einen Medi-Pick. Sag halt was. Ey, ich brauch einen Medi-Pick. Ja, heil mich mal. Ey, heil mich auch mal. Ich hab noch einen Leben. Ich hab noch einen Medi-Pick. Ich hab noch einen Medi-Packen gehen. Ja,�� mich schnell ange médelt! Ich hab noch einen Medi-Packen aufquela body. Der Gewicht ... Ja, ich habe nichts mehr Tschüs! Ach! Ich habe mir schockiert. Dann Colombia là. gewagt er hat jedoch nur den Weg freigegeben auch jocke er ist schlimmer wenn jetzt noch ein Tank kommen würde Ich denke das ist auch noch so. Hier hinten kann man sich in alle. Jetzt kommt noch der nächste wieder. Bitte? Nicht mal hier hinten wo ich gerade bin kann man sich in die Ruhe halten. Beile Fresse wo kommt die denn alle her? Wir müssen da rechts. Ja ja hier ist aber ein Hunter. Oh help. Ja ich hab einen Hunter oben gekommen, helf mir mein. Aber das hat mir wohl. Da ist ein Heli! Wo bist du denn? Ein Hubschrauber hier rechts. Warte. Der stört doch eh ab. Also bis wir hier lang... Ey hier da haben wir doch mal nichts gespielt auf der Map. Ja ja. Überlebt ihn ja da ne. Wir müssen den Hubschrauber. Los Leute. Wir müssen den Hubschrauber. Los Leute. Wir müssen den Hubschrauber. Ich hab was. Nein, der kommt auch noch. Ach man. Oh oh ich muss hier mal... Weg. Ich hab's gleich. Nein. Jockey auf mir. Das hört sich sein Ernst. Ich hab's geschafft. Und Alice hat nen Charger. Ich hab's geschafft. Und Alice hat nen Charger. Ey ich bin grad... Ich war kurz davor. Osti komm rein. Osti komm rein. Lass dich mal weg. Osti komm rein. Guck mal wie der Tektalo rumrillt. Los die die Klappe ziehen. Er klaut. Jetzt explodiert die. Fliegt meinen Playflow und er redet dich nicht problemlos. Es ist ein weiter Weg. Bis Prestige. Level 10. Naja geil. Wir haben's geschafft Leute. Wir haben Brückenfeuer. Gekriegt. Joooo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach die anderen haben's nicht geschafft. Oder er hat's nicht geschafft. Bis zum nächsten Mal. Und haut dann aus Leute. Ciao.